Es war ein langes Hin und Her, ein scheinbar ewiges Rennen, aber am Schluss hat er es geschafft. Joe Biden hat sich durchgesetzt und wird aller Voraussicht nach neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der 46. Präsident. Im kommenden Jahr, im Januar, wird er dann vereidigt. Seine Vizepräsidentin wird Kamala Harris sein. Zum ersten Mal eine Frau in diesem Amt. Warum das so lange gedauert hat und warum es noch nicht zu 100 Prozent feststeht, dass Joe Biden neuer Präsident wird, das erfahrt ihr hier in diesem Video, da wird das genauer erklärt. Aber man kann schon sagen, es ist davon auszugehen, dass Joe Biden neuer US-Präsident ist. Und ihr wollt natürlich wissen, was bedeutet das? Wie wird er das Land führen? Was bedeutet das für die Welt? Genau darum geht es in diesem Video. Wenn Joe Biden am 20. Januar 2021 irgendwann am Nachmittag oder am Abend zum ersten Mal auf seinem Schreibtischstuhl im Oval Office Platz nehmen wird, dann geht es für ihn vor allem um zwei große Herausforderungen, um die er sich kümmern muss. Und um die, das hat er im Wahlkampf immer wieder versprochen, er sich auch kümmern wird. Das eine ist die Corona-Krise und alles, was damit zusammenhängt. Auch eine Wirtschaftskrise in den USA. Und das zweite ist eine gesellschaftliche Spaltung. Auch aufgrund der Tatsache, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Joe Biden hat seiner Amtszeit, aber auch schon seit dem Wahlkampf, das Motto gegeben, build back better. Also wörtlich übersetzt, besser zurückbauen. Und genau das möchte er auch machen, hat er immer wieder gesagt. Er hat gesagt, wir wollen zurückgehen zur Zeit vor der Pandemie, vor der Corona-Krise und alles noch besser machen als in dieser Zeit. Die Frage ist aber natürlich, wie will er das erreichen? Wie kann er das erreichen? Und was ist zu erwarten unter seiner Amtszeit? Starten wir mal mit dem ersten Thema, nämlich mit der Innenpolitik. Innenpolitisch vergleicht sich Joe Biden gerne mit FDR, mit Franklin D. Roosevelt. Der war von 1933 bis 1945 US-Präsident, damals ging das noch ein bisschen länger. Und der hat eine große Sache auf den Weg gebracht. Nämlich ein riesiges Reformpaket unter der Überschrift New Deal. Und genau das möchte Joe Biden auch. Einen New Deal, einen neuen Deal für das Land. Zum Beispiel, wenn es um Corona geht. Joe Biden sagt, alles, was Donald Trump gemacht hat, hat er falsch gemacht. Wir brauchen neue Wege. Und wie diese neuen Wege aussehen, das hat er auch schon skizziert. Er hat gesagt, es sollen zum Beispiel 100.000 Menschen im Gesundheitssektor neu eingestellt werden. Unter anderem, um jedem US-Bürger zu ermöglichen, getestet zu werden. Er möchte landesweite Tests und das immer und immer wieder, damit man einen Überblick hat. Er möchte die Forschung fördern, er möchte die Entwicklung eines Impfstoffs fördern, er möchte die Entwicklung von Medikamenten fördern. Also ungefähr auch das, was Donald Trump in diesem Bereich gemacht hat. Aber er sagt, ich möchte mehr auf die Wissenschaft hören. Wenn er das tatsächlich macht, dann könnte es sein, dass diese Entwicklung etwas länger dauert. Denn Donald Trump hat immer wieder auch politischen Druck ausgeübt auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Joe Biden sagt, alles braucht seine Zeit, aber natürlich steht er unter Druck. Und da ist eines seiner Mittel, Geld in die Hand zu nehmen und es in den Gesundheitssektor zu stecken und vor allem auch in die Entwicklung, in die Wissenschaft zu stecken. Und man kann davon ausgehen, dass das eines der ersten Dinge sein wird, die er in seiner Amtszeit macht. Und wo wir gerade schon über das Geld sprechen, kommen wir doch direkt zum nächsten Thema, nämlich zur Wirtschaft. Da hat Joe Biden im Wahlkampf immer wieder versprochen, mit mir kommen wir sehr gut aus der wirtschaftlichen Krise heraus, die Corona mit ausgelöst hat. Wie will er das erreichen? Naja, zum einen durch Investitionen. 700 Milliarden US-Dollar will er im Laufe der kommenden vier Jahre investieren in Aufbau, Forschung, Entwicklung und andere Dinge. Und zum anderen verfolgt er ein Prinzip namens made in all of America. Ja, das klingt ähnlich wie America first. Und Kritiker werfen ihm auch vor, er hätte das von Donald Trump abgekupfert. Der Kern dieses Prinzip ist, dass US-amerikanische Unternehmen unterstützt werden sollen, dass sie stärker werden. Und man will auch weniger vom Ausland abhängig sein. Vor allem weniger von China, das hat Joe Biden immer wieder betont. Er möchte das erreichen, indem man zum Beispiel Lieferketten in die USA holt und weniger vom Import aus anderen Ländern abhängig ist. Davon könnte unter anderem auch Deutschland betroffen sein. Es ist kein protektionistischer Kurs, wie ihn Donald Trump teilweise verfolgt hat, aber es ist ein sehr nationaler Wirtschaftskurs. Und ich denke mal, davon werden wir auch in Europa und in Deutschland bald etwas spüren. Denn viele Leute denken, naja, jetzt kommt Joe Biden, jetzt wird alles wieder wie unter Barack Obama. Aber davon ist eher nicht auszugehen, denn Donald Trump hatte ja durchaus auch einige Erfolge mit seinem Prinzip America first. Mehr dazu erfahrt hier oben, wenn ihr auf das i klickt. Die große Frage ist aber natürlich auch, woher soll denn das Geld für den Aufbau kommen? Woher soll das Geld kommen, das man da investieren will? Diese 700 Milliarden US-Dollar. Da hat Joe Biden angekündigt, wir müssen die Steuern erhöhen. Allerdings nur für Menschen, die mehr als 400.000 US-Dollar im Jahr verdienen. Alle anderen müssen nicht mehr Steuern zahlen. Experten sagen aber, das wird nicht so richtig hinhauen. Vermutlich wird am Ende jeder mehr belastet werden. Nicht nur die reichen und superreichen, sondern auch Menschen, die weniger verdienen. Und auch Unternehmen könnten künftig mehr belastet werden als unter Donald Trump. Und diese steigenden Kosten für Unternehmen könnten auch zusammenhängen mit steigenden Umweltauflagen. Und da sind wir auch schon beim nächsten, wenn nicht sogar beim wichtigsten Punkt, das New Deal von Joe Biden, nämlich bei seiner Klimapolitik. Sage und schreibe, zwei Billionen US-Dollar möchte Joe Biden im Laufe der kommenden vier Jahre investieren in den Klimaschutz. Er möchte die Industrie in den USA bis 2035 emissionsfrei bekommen. Und er möchte die USA bis 2050 komplett emissionsfrei haben. Dazu muss man sagen, vermutlich wird er das nicht mehr mitbekommen, aber er möchte den Grundstein legen. Zum Beispiel mit emissionsfreiem öffentlichen Nahverkehr. Aber auch mit Förderung von Elektroenergie oder anderen regenerativen Energiequellen. Und er möchte auch wieder internationalen Abkommen beitreten. Zum Beispiel dem Pariser Abkommen. Er möchte auch neue Abkommen schließen. Und vor allen Dingen sagt er, die USA müssen das Vorreiterland beim Klimaschutz werden. Allerdings gibt es da einen großen Haken. Diese zwei Billionen US-Dollar, die muss er erst mal bekommen. Und aktuell verfügen die Demokraten nicht über eine Mehrheit in beiden Häusern in den USA. Es ist immer noch ein demokratisches System. Und das heißt, es wird vermutlich schwierig für ihn werden, dieses Geld komplett so zu investieren, wie er es im Wahlkampf versprochen hat. Aber klar ist auf jeden Fall, es wird eine Wende um 180 Grad geben im Vergleich zur Politik von Donald Trump, der immer wieder gesagt hat, naja, Klimaschutz schön und gut, aber es gibt wichtigere Dinge. Die Wirtschaft ist wichtiger. Letztendlich ist das da ja alles Wetter mit dem Klima. Und deshalb wollen wir das Geld anders ausgeben. Hier also eine Verschiebung der Prioritäten unter Joe Biden. Und damit sind wir bei der zweiten großen Herausforderung, von der ich vorhin gesprochen habe. Nämlich dieser riesigen Schere zwischen Arm und Reich in den USA. Hier hat Joe Biden versprochen, ich werde mich in meiner Amtszeit vor allen Dingen um die Sozialschwächeren kümmern. Zum Beispiel mit einer Art Kindergeld oder mit einem Ausbau von Obamacare, einem Krankenversicherungssystem in den USA, das einen Spitznamen von Obama bekommen hat, weil Obama es eingeführt hat. Mehr dazu unten in der Infobox. Und er hat versprochen, Familien, die weniger als 125.000 US-Dollar im Jahr verdienen, sollen künftig ihre Kinder kostenlos an Universitäten schicken können. Außerdem soll generell Bildung in den Vereinigten Staaten von Amerika für alle kostenlos werden. Also ein Sozialprogramm, ein linkes Programm, bei dem sich Joe Biden immer wieder auch von Bernie Sanders hat inspirieren lassen. Und das er jetzt vermutlich zumindest in Teilen durchsetzen wird. So, das waren jetzt die wichtigsten Dinge zum Thema Innenpolitik. Aber wie sieht es denn mit der Außenpolitik aus? Auch mit Deutschland zum Beispiel. Da hat Joe Biden im Vorfeld schon angekündigt, ich werde alles anders machen als Donald Trump. Und da kann man ihn vermutlich auch beim Wort nehmen. Er wird wahrscheinlich die Linie von Barack Obama ungefähr fortsetzen. Barack Obama war zum Beispiel ein großer Fan internationaler Abkommen, Gespräche mit vielen Staats- und Regierungschefs und so weiter und so fort. Und da hat Joe Biden auch gesagt, das findet er richtig. Er ist zum Beispiel ein Anhänger der NATO, der Idee der Weltgesundheitsorganisation, der Vereinten Nationen und so weiter und so fort. Donald Trump gilt ja als jemand, der lieber mit einzelnen Staaten Dinge verhandelt und nicht mit mehreren Staaten zusammen. Da ist Joe Biden anders. Allerdings ist Joe Biden auch jemand, der absolut aus dem politischen Establishment kommt. Und man kann davon erwarten, dass da alte Seilschaften wieder bedient werden und dass das vielleicht insgesamt auch ein bisschen undurchschaubarer wird und dass da Absprachen getroffen werden, von denen man vielleicht dann auch gar nicht so viel mitbekommt, wie es in der Vergangenheit immer wieder der Fall war. Eine große Frontlinie wird es künftig vermutlich geben zwischen den USA und China. Und zwischen den USA und Russland. In Bezug auf China hat Joe Biden im Wahlkampf immer wieder gesagt, das ist unser großer Gegner. Zum einen wirtschaftlich, aber auch geostrategisch. Wir müssen uns gegen China stellen. Also da ist eine Konfrontation zu erwarten. Und bei Russland hat er gesagt, die müssen für ihre Verbrechen, das war sein Zitat, gerade stehen. Auch da kann man davon ausgehen, dass sich die Beziehungen abkühlen und dass der neue Kalte Krieg, den wir ja schon seit einer ganzen Weile indirekt erleben, noch weiter anläuft. Und da kann man auch davon ausgehen, dass Joe Biden auch hier die Linie von Barack Obama verfolgt, der relativ ungnädig war gegenüber Russland und China und gesagt hat, wir müssen hier hart durchgreifen. Was Deutschland und die EU betrifft, kann man erwarten, dass sich Joe Biden wieder etwas mehr der Europäischen Union, aber auch Deutschland hinwenden wird. Zum Beispiel, wenn es um die Soldaten in Deutschland geht. Da hat Joe Biden kritisiert, dass Donald Trump viele Soldaten aus Deutschland abziehen will. Er hat gesagt, das muss man alles überdenken. Und generell müssen wir sehen, Europa ist unser historisch stärkster Partner und wir sollten weiterhin eng mit Europa zusammenarbeiten. Das zumindest eine Ankündigung im Vorfeld. Ob es dann tatsächlich so eingehalten wird, das bleibt abzuwarten. Das also das Außenpolitische und da gibt es noch einen ganz wichtigen Aspekt. Denn wer Außenpolitik macht, muss viel verreisen. Auch zum Teil sehr weit verreisen. Mit 78 Jahren ist das extrem anstrengend. Das ist auch schon für jüngere Menschen anstrengend, aber für 78-Jährige noch viel mehr. Deshalb kann man davon ausgehen, dass Kamala Harris ziemlich viel für Joe Biden übernehmen wird, was weitere Reisen angeht. Und, das wird in den USA auch immer wieder vermutet, und ich persönlich, das ist meine Meinung, halt das auch nicht für ausgeschlossen, es könnte sein, dass Joe Biden irgendwann im Laufe seiner Amtszeit zurücktritt. Zum Beispiel, wenn er 80 Jahre alt wird. Das wäre so eine gute Marke. Dann wäre er zwei Jahre im Amt und Kamala Harris könnte dann die übrigen zwei Jahre übernehmen und auch noch einmal wiedergewählt werden. Das sieht der 22. Zusatzartikel der US-Verfassung vor. Es könnte also sein, dass Joe Biden jetzt gerade schon ein bisschen die Bühne bereitet für Kamala Harris, eine Frau, die vergleichsweise jung ist und die dann noch eine Weile regieren könnte. Aber davon abgesehen kann man sagen, egal ob unter Joe Biden oder Kamala Harris, die USA werden wieder linker, weniger konservativ. Sozialpolitik geht vor Wirtschaftspolitik und Klimapolitik steht über allem. Das ist so das große Dach, das man über die Präsidentschaft in den kommenden vier Jahren legen könnte. Generell ist dabei auch ein anderer politischer Ton zu erwarten. Etwas sanfter nach innen, aber vielleicht auch noch härter nach außen, wenn es um China und um Russland geht. Generell wird es wieder mehr Establishment-Politik geben und auch das halte ich nicht ausgeschlossen. Es könnte auch sein, dass Barack Obama wieder eine Rolle spielen wird in der US-amerikanischen Politik. Es gibt Leute, die handeln ihn schon als neuen Außenminister. Zumindest laut Verfassung wäre das möglich. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Diese beiden großen Herausforderungen, die Wirtschaftskrise und die Corona-Pandemie und auch die gesellschaftliche Spaltung muss Joe Biden zuerst angehen. Und er wird das vermutlich auch, aber ob ihm das so gelingt, wie er es vorhat, das bleibt abzuwarten. Wie gesagt, es fehlen ihm momentan Mehrheiten und außerdem braucht er jede Menge Geld. Es könnte also sein, dass jeder Einzelne in den USA künftig mehr belastet wird. Und nach außen wird es wieder mehr Zusammenarbeit mit Europa geben, noch weniger Zusammenarbeit mit Ländern wie China oder Russland. Das wäre zumindest jetzt meine Analyse, aber ich bin natürlich auch sehr gespannt, was ihr denkt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. Mehr Infos auch in der Infobox. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie ihr das seht. Hat Joe Biden es verdient, jetzt gewählt worden zu sein? Oder sagt ihr nein? Donald Trump hätte es mehr verdient gehabt. Auch das gerne in die Kommentare. Und bitte bleibt fair und sachlich, muss man bei so einem Thema ja immer wieder dazu sagen. Danke euch dafür. Danke fürs Zuschauen. Hier neben mir findet ihr ein Porträt von Joe Biden. Wer ist das eigentlich? Ist ja auch nicht uninteressant. Könnt euch hier angucken und direkt darunter etwas von den Kollegen von Funk auch zu diesem Thema. Bis zum nächsten Mal.